Hallo liebe Freunde von Tony M. Heute melde ich mich aus dem Balance Hotel in Pörtschach am Wörthersee. Neben mir sitzt Hotelchef Karl Grossmann, ich habe auch gestern seine Gattin, die Küchenchefin und gleichzeitig ORF-Küchin Andrea Grossmann kennengelernt. Sie hat uns gestern Abend mit ihrem Team bereits verwöhnt. Herr Grossmann, was ist denn das Konzept Ihres Hauses? Ja, liebe Freunde von Tony, herzlich willkommen, dass Sie uns jetzt hier zuhören und zuschauen. Das Hotel Balance am Wörthersee hat sich mit den Elementen Wasser, Erde, Feuer und Luft auseinandergesetzt und hier eine besondere Komposition im Bereich der Wellnessanwendungen geschaffen. Wellness, Golf und Kulinarik sind die Schwerpunkte unseres Angebotes, sodass wir von Anfang April bis Anfang November unsere Gäste hier am Wörthersee im Sommer begrüßen können. Ja, und zum Thema Sommer habe ich ja gestern gehört beim Begrüßungscocktail der neuen Gäste, dass Sie ja einiges geplant haben, um in Zukunft zwölf Monate im Jahr Gäste empfangen zu können. Was ist denn hier an Projekten im Raum? Ja, wir planen ab Mitte Oktober einen großen Zubau. Es werden eigene Wellness-Suiten gebaut. Das heißt, wenn Sie ab April des nächsten Jahres zu uns kommen, haben Sie Suiten, in welchen Sie eine Sauna oder ein Dampfbad vorfinden. Es werden zwei neue Schwimmbäder gebaut und als besonderes Highlight planen wir den kleinsten Golfplatz der Welt. Das wird ein Trainingsplatz hier am Gelände des Hotels sein, auf dem man im kurzen Spiel also das Schippen und Baden trainieren und üben kann. Ja, wunderbar. Das heißt, das Haus hat Natur, das Haus hat Golfambitionen, das Haus hat aber vor allem die Gourmet-Küche. War übrigens auch der Grund, warum wir dieses Haus gewählt hatten. Bevor ich mit diesem Projekt gestartet habe, haben wir gesehen, dass das Haus vor allem wegen der Küche genau das Haus ist, welches Familie Menges bereisen sollte. Hier geht es uns wunderbar. Ich freue mich, wenn euch die Bilder zum Balance Hotel hier auch gefallen und wünsche der Familie Grossmann alles Gute für die nächsten Wochen und Monate, damit die Projekte richtig und hervorragend umgesetzt werden können. Danke, lieber Toni. Ich hoffe, dass viele Zuhörer und Zuseher, die sich diesen Stream anschauen und vielleicht doch Lust und Laune finden, hier in Wörthersee zu kommen. ! Untertitelung. BR 2018 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 Hallo liebe Freunde von Toni M. Ich melde mich aus Pörtschach am Wörthersee, aus dem Balance Hotel von Familie Grossmann. Wir haben heute ein Wasserzimmer. Die Zimmer hier im Haus sind nach Elementen gestaltet und sehr interessant, ihr seht es hier, zum Beispiel dieses Detail im Bad mit dem Durchblick in Richtung Zimmer. Ein Traum ist die umlaufende Terrasse. Wir sind hier im dritten Stock mit Blick auf den Wörthersee. Es gibt viele interessante Details hier im Haus, zum Beispiel sind diese Bilder, die ihr gerade seht, auch von Andrea Grossmann selbst gezeichnet. Sie ist die Künstlerin hier im Haus. Sie ist die Künstlerin hier im Haus und sie zaubert natürlich auch in der Küche. Sie ist ORF-Fernsehköchin. Wir sind sehr gespannt auf das, was sie heute Abend auf unseren Tisch oder Teller zaubern wird. Hier seht ihr das beheizbare Schwimmbad, im Moment auf 28 Grad geheizt und jetzt bin ich auf der umlaufenden Terrasse in unserem Zimmer im dritten Stock. Das ist die Künstlerin hier im Haus. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018